Rekordmeister Bayern München muss im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag bei AEK Athen 18.55 Uhr im Live-Ticker womöglich auch auf Außenverteidiger David Alaba verzichten. Der Österreicher hat nach seinem Muskelfaser-Riss noch muskuläre Probleme. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Trainer Niko Kovac will daher erst am Spieltag entscheiden, ob er Alaba mit in den Kader nimmt. Gar nicht erst nach Athen mitgereist war Frank Ribéry wegen einer Wirbelblockade. Bayern-Trainer Niko Kovac, wir müssen uns strecken, Bayern-Coach Kovac erwartet im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt einen schweren Gang. Athen habe nichts zu verlieren und suche die letzte Chance aufs Weiterkommen in der Gruppe E. Wir müssen uns strecken, es wird so leicht nicht werden. Sie werden nach vorne getrieben, sagte Kovac, betonte aber auch, sollten wir unsere Leistung abrufen, bin ich sicher, dass wir das Spiel gewinnen können. Verteidiger Niklas Süle ergänzte, der Gegner werde um sein Leben kämpfen. Der Nationalspieler berichtete auch, dass die Stimmung in der Mannschaft nach dem Sieg in Wolfsburg sehr gut ist, viel besser als in den zwei Wochen davor. Der FC Bayern wolle nun eine Siegesserie starten und wieder richtig in die Erfolgsspur finden. Wir müssen von der ersten Minute an mit voller Überzeugung rangehen. Punkt. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft sind, das muss man aber auch sehen. Mehr zum FC Bayern.